Wo ist der Dachshows? Was ist all that noise? Wenn es... wenn es... Wenn es kämpft, ist es über dem Dachshows okay. Wenn es so ist, will Sekiro abfahren. Sekiro ist die Kasehne verlassen. Das war leider nie. Drei Fehlkäufte. Ja. Aber ich meine jetzt vielleicht. Drei Fehlkäufte. Antle. Srage. Sekiro. Fehlkäufe. Mhm. Auch das Age ist schön schlecht. Aber viel zu kurz. Und du bist nicht mehr mit dem Dachshows. Das ist geil. Mhm. 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 Pfff. Final Fantasy. Fehl. Das... Der hat zuerst einen Border. Ja, oder? Upstairs in the... Drei zehnten... Dahinten kommt das. Pfff. Ah, dahinten jetzt. Drücke das. Was? Ich muss switchen drüber, also. Was, Fellas? Mhm. Das... Das ist eine neue Attacken. Mhm. Das ist eine neue Attacken. Ach geil. Das ist eine neue Attacken. Das ist ein Hammer geil. Das ist eine neue Attacken. Das ist eine Aschgasse. Die leiten alle ab. Jetzt noch ist ja logisch. Ach. Das ist eine neue Attacken. Ja, das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Ja, das ist ein Hammer. Die in der Linking City. Schon, schon. Hm, man. Gibt es viel komischer. Hm. Nein, das... Das macht mich irgendwie. Das macht mich gar nicht, ja. Show-videos gesehen wird irgendwie. Ich weiss es aber nicht. Ist ein kleines Klotz, das Zeugel an dem so. Von den Filmen her schon. So, Cyberbank. Offentlich, offentlich, offentlich. Payday. Ah, Payday! Kind. I don't know. Da kommen zwar jetzt ein paar Spiele, die du in der Landkast findest. Rembrandt. Bordlands. Skull-Sink. Ah, das sind schon ein paar. I've lost the blood of us. Ähm, die Spiele holten. Hm. Stucks Legi, oder? Mhm. Zwerg Spiele. Ah gut, da kannst du ja auch noch miteinander stehen. Zum Teil. Mhm. Ja, zum Teil. Ich glaube, so wie ich gelesen habe. Ist aber schwach. Ja, hätte jetzt ein Schleuder siegen. Zwerg Spiele? Zwerg ist Führbeeren? Ich weiss nicht genau. Ich weiss nicht genau. Ich weiss nicht genau. Ich hätte schon 5 Bewertungen, wenn es schon gespielt, ok? Es ist so geil. Wie kann man denn... ...denn ja, oder so? ...der Grafiken spielen. Das ist doch nur peinlich. Das sind ja die Leute. Das ist ja schlimm. Darum kommt eben... ...nein mehr Schlau raus. Kann es... ...gehöriges Somme spielen mehr? Kann es gehöriges... ...Engernär-Packet? Ja, das ist ja... ...gehöriges Schuert durch. Ja, das ist ja... ...und ein paar... 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 ...und... ...und ein paar... ...häh... ...das hätte eigentlich verdammt... ...gut sein... ...das mögen wir jetzt da recht etwas ändern... ...mych it... ...der muss das hören... ...1,2,1... Ich glaube nicht schlecht, aber ja, bei HD, bei HD hat er sicher 120 für FTS. Scheint, dass wir nicht mehr zum Glück haben. Scheint, dass wir nicht mehr zum Glück haben. Äh, runter. Das sind die... Die Tourne ist schon besser. Das ist die Xbox schon besser. Bei der Tourne. Ich muss mich auf die Tourne. Das bringt er gar nicht mehr. Mhm. Ich habe nicht mehr. Das ist alles dabei, ja? Gold. Und da wird jetzt ein paar Türen... Nichts? Es gibt halt schon Leute, die nicht so viel Geld haben Aber jetzt ich das halt schon Und jetzt nicht gerade für die tausend Stutzen 500 Stutzen, wenn nicht nur mehr Am Anfang schon... Wenn nicht nur mehr Ich meine, BPS ist ja da am Anfang schon Sechs unter die Hammer gewesen Und die hätte ich vielleicht schon bessere machen können Wenn bei einem guten PC Du zahlst schon recht schnell 3-4 Tausend Stutzen Also sieben auch nicht zu schmissen Wenn bei einer Grafikkarte Du zahlst schon 1 Tausend Stutzen So... Je nachdem, ja Wenn ich ein Leben nur A Im D-Watch die günstige Wo schon zusammen geht Also... Manchmal schon Nvidia Scheramix schlägt Ja, und du zahlst schon die Hälfte Mh... Nur leider... Es sollte eigentlich nur Ein weiterer Grafikhersteller geben Der könnte auch alles weiter ab ab Das ist eben das Problem Geben nur die E2 Ja, das dürrste ist eigentlich auch Eine Grafikkarte Im PC Wenn wir jetzt gut tun Dann kommt noch ein An der Bord Dann kommt noch ein An der Bord Und dann geht halt halt Wenn du halt SST willst Dann geht es halt schnell Wenn wir... Eben Ich meine Du kannst jetzt ein PC Im Laden kaufen Für gut ein Jahr haben Und gerade unterwegs Oder du kannst auch 5-10 Jahre haben Du musst halt einfach mit Konsequenzen Mh... Es ist plötzlich kein Spiel Mehr spielen Ja... Und halt auf wirklich Niedrigste... Niedrigste... Qualitätsstufe Darum... Das gehe ich immer Ja... Du musst immer wieder ersetzen Stimmt nicht Nein... Nein, du kannst lange Du kannst ja PC Ich meine 10 Jahre lang Ja 5 Jahre habe ich mich Ja Also das ist eigentlich Schon im... Computerzeit Alter ist ja schon Uur.. Du kannst ja Du hast nur 1000 Std. gesinnt Ich hätte ja lange Mit dem Spuren Ja... Ja... Ich habe mir einfach Also gesagt Ich will das Ich will das Das Beste vom Beste, scheissegal was es kostet und ich habe einen guten Kollegen von mir gefragt. Und dort hat er gesagt... Hätte ich das zusammen gesucht, weil er ein kleesab kennt. Schaffe ich es heute noch? Bist du wieder? Wir spielen. Und mir gefällt der Echo-Horisch. Kommt, ist immer noch zu schlecht. Ohrenjäger. Ja, Jäger heißt es. Slayer. Nein. Seht schon wieder Slayer? Seht schon wieder Slayer? Schlachter. Ja, eben, siehst du, passt ja zu mir. Ist zwar ein Dreckszwerg, aber man will. Falls immer in die guten Mannschaft spielen, verstehe ich einfach nicht. Ist halt normal. Das sind wir eben bei dem noch vorgegeben, bei dem Strategie-Spiel. Und in der Kampagne spielst du nicht immer nur alles, was dir geht. Sondern mal spielst du durch und die sind einfach abartig lustig. Und wenn nur eins im Kampf kämpft, das ist mir einfach zerrekt. Die Overwatch 2 bringen jetzt aus. Das heißt, so haben wir gerade. Overwatch? Nein, Surge. Aha. Jetzt werde ich sagen. Wenn das Overwatch 2 rausbringt, dann ist es wirklich... Die Gründe abgeschossen. Das ist ihre... Das ist ein recht beliebtes Game. Ja. Darum ist auch logisch, dass Ubisoft bei Rainbow Six in Quarantäne rausbringt und sonst nichts. Weil sie werden schön blöd, wenn sie jetzt auch wieder... Siege. Ja, immer noch. Ja, das ist... Immer noch. Was... Hey, was da an Wettbewerb gespielt wird und dann noch... Wahrscheinlich eine Spielung versuche ich aber noch so erfolgreich. Ja, und falls wir ihm noch unterstützt werden. Es kommt jetzt immer wieder noch Charakter dazu. Eigentlich... Ja! So etwas, wo... Ja. Wo bin ich denn... Das hat nicht reinkommen, richtig. Das ist das Problem gewesen. Wir haben halt immer nur PvP... Wir haben halt immer... Äh, PvE gespielt. Wir haben halt immer... Wir haben halt immer... Und nachher, weisst du, wenn du PvP gehst, dann hast du keine Chance mehr. Oh... Ja, oder die Zahlschale. Oder... Ja... Mhm... Und jetzt hat es jetzt aber... Ich glaube... Es hat auch irgendetwas reinkommen... ... damit es irgendwie... Anfänger spielen kann, und am Anfang. Aber es sind nur wieder ein paar Ränge eben. Mhm. Mhm. Greets, 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 greets. Kommt das Greets hin? Barak Warcrawl Slayer Schuhe. Ja, das ist eine 13. Maschinenfresse. Mach die Augen zu den Kopf. Spiel siehst du, hast andere Spiele fertig. Ups. Noch. Ja, er ist sicher. Ich glaube, bis sofort. Ich wollte ihn ja schon. Das Gute, das Beste bis jetzt, das ja auch schon. Aufgabe Belohnung. Für mich schon bis jetzt ja. Welches? Bist gold. Habe ich nicht gespielt. Hm. Hm. Du, hier muss sein, sein Geschmack. Enten meinst du? Enten, ja. Ich weiss nicht einmal mehr. Ich weiss nicht einmal mehr. Ich weiss, wo jetzt PS exklusiv ist, vor allem. Gut. Ich habe eine gute Vorstellung. Ich habe mir ein Exklusivspiel, das seit einem Jahr schon rausgekommen ist. Und es ist glaube ich nur von diesem Jahr rausgekommen, oder? Stimmt. Die DSGone ist exklusiv. Ja. Hm. Komm. Ich habe es gesagt, dass ich es einfach nur lächerlich finde. Nein, das ist glaube ich. Das ist glaube ich das einzige gewesen. Ja, ich meinte schon. Ah, die Ohren, ich glaube ich sehe doch geil aus. Ich glaube, dass wir langsam wieder pausieren. Ja. Ich glaube, wenn ich nicht mehr nehme, ist das neue Sonnenschein. Aber das werden wir nachher. Nein, nein. Da ist doch etwas anderes dran. Ja, aber. Ja. Bing, lass den Fass. Der Kirsch nächstes Jahr im Februar rauskommt, oder so. Ah, ist zwar schon gut. Ah, der wollte sonst gerade etwas sagen. Ah, ich habe schon wieder ein Staufaufstieg. Rache Ladung. Ah, cool. Ich bin auf dem stattdessen. Es war diese Rache Rache-Ladung. Ich habe es gesehen. Später. Später nicht. Oh, Horizon war noch länger. Ich glaube, das IPC aussuchen. Also ich rede dir jetzt nicht mehr von der Explosiven. Ich brauche mehr Zeit. Äh, schön. Was? Gehört man es noch? Mit Platttricken schon, ja. Mit dem Auswirt voll zack, zack, zack. Seid ihr schon? Ein gehöriges Action-Air-BG. Ich weiss gar nicht mal, was die Leute haben. Geil, ich weiss auch nicht, was die haben. Aufs Team habe ich mal ein Interview. Geil, ich habe gemerkt, dass es irgendwie ein Endgame-Scheisse ist. Ja, und jetzt? Ich muss ja kein Endgame haben. Action-Air-BG, das Spiel scheisse du da. Ich weiss gar nicht mal, wieso man überhaupt auf solche Zeugs kommt. Das Gleiche wie haben wir es... Das Gleiche wie haben wir es in diesen Lootshoopern. Das ist ganz nett. Das hier ist der letzte Mal. Börden wir auch nicht. Wir haben einen über das andere Mano vor dem Angriff zurückbekommen. Ja, bei gewissen Tagen greifst du dich. Ah, ich habe schon wieder eine Taufe bekommen, ganz bereit, und schon wieder. Wieso schreibe ich jetzt etwas, was ganz süss ist? Ausvernetzte Gegner, krass, Deutsch-Alter. So, einen Helm bekommen. Ja, so ist das. Familienanhänger, dabei ist das Torshammer. Ey, kennt sich da einer aus? Hm, ein bisschen zwei. Ja, ja, ein Peter-Gamer, den wir kennen. Aber ich hoffe, du weisst schon, dass das, was Marlan da verzapft hat, nicht alles wahr ist. Hoffentlich. Ah, ich hätte noch Fähigkeiten. Punkt, nein. Seh ich das? Mal, sechs Punkte. Ja, ich bin ja eingesetzt. Ja. Ja, du, hä? Ja. Was nehme ich denn da? Was ist das eigentlich? Was nehme ich? Ja, du musst auf Schweizer Legion gehen, du findest. Mhm. Was ist das? Was? Wie hat Thorn dauert länger? Oh, das wäre cool. Das war der Toni, das war mein Bruder, der Technical. Nein, also da war er gespürt. Pedalpacks. Ah, du bist da... Aha. Ablängsvergleichen zurück. Ein Spruch. Hä? Mal, wer jetzt ehrlich ist... Da bin ich so stark gewesen, glaube ich. Hä, wie kann ich? Bin ich nicht zu blöd? Hm, da musst du... Kann ich die Ohren hören? Bei einem gibt es so einen Gefluch. Da bin ich bei dem COD spielen. Ich bin so stark und durchgefallen. Nein, nicht einmal. Beim Bruch bin ich doch gut gewesen, oder? Ja, bei Bruch... Ah, ich brauche 8 oder so Punkte. Nein. Hä? Aha. Jetzt hast du doch so eine Zahl drin. 9, aber 10 Fertigkeitspunkte brauche ich. Aber ich brauche Stufe 9 oder Stufe 8. Aha. Stufe 7. Was kommt da? Ambos Stoss. Uh, das sieht gut aus. So. Gehen wir weiter. Ja. 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 Wieso zeige ich euch jetzt, wie Playstation Plus ein war? Wir kennen das gar nicht. Hä? Ja. Ja. Andere Orte. Weißt du, da kommst du schon so Dinge über die Zaufe. Ja. Gutscheine. Ich weiß gar nicht. 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 Das ist das Problem. Die haben wir den meisten Geld von allen. Danke uns nicht. Danke. Danke. Das hat das Ding da. Jetzt hatte es eine Woche Gratnis gehabt. Ah. Morgen, eigentlich von mir zu schauen schon. Aber gelöbbar, verdammt. Da kannst du schauen. Ordensstellung und Call of Duty. Da habe ich sicher geschaut. Oder hier. Das Adventswarfer. Oh. Oh. Dann sind sie mir wieder gelöscht. Genau. Cheater hast du. Oh. Heute Zeit nehmen wir das. Ja. Letztes. Ich bin schon. Ja. Apropos. Heute ist B5. Sonst war's. Gell du. Flüge. Ich sage nur Flüge. Nein. Nein. Ich habe nicht gehört. Nein gehört. Nein gehört. Wir beide nichts gehört. Blöds macht es nur. Nach dem Wasser weggeflogen ist. Nein. 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 Das ist... Ah. Jetzt kommt er doch. Ich wollte gerade sagen. Du, der ist noch nicht gekommen. Und jetzt kommt er gerade. Nein. Es ist echt wie ein Film zu schauen. Also. Dann gehen wir doch jetzt ins Bett. So. Eben. Fahre ich nicht. Ich bin nur in einem Cela, In der Welt of Tanks oder so. Am liebten nichts, das weiss ich. Warte Frick, ich rede nichts. Wenn ich alleine spiele, dann rede ich nicht auf. Ich glaube nicht, das musst du harten Stellen nehmen. Ah ja nur so sind, dass ich nicht mehr rungen habe. Du bist ja wirklich Elend. Ja ich nicht, aber das klingt wahrscheinlich einfach Hammer geil. Ich denke nicht mehr jetzt. Nein, ich habe dort nichts. Ich stelle dich nicht. Ja, ich bin, ich sage das Alpohr verreckt. Ich war fast im Durchdrehen. Oh nein, schnell weg! Mäh, tschüss. Ciao, zusammen. Kommt wieder so komisch. Ich bin dort Alpohr verreckt. Ah, Avengers Marvel Game. Ja, hören wir auf mit dem Lach. Nein, ich bin dort nicht. Ah, ist das schon ausgesehen? Das ist so schwierig. Dann auch die Kuh sinnvoll, das weisst. Ja, das ist mir gleich. Das ist ja nichts. Ah, R1, ich höre auch mal ein bisschen so. Und er hat mich sicher. Ist er verrückt? Irgendwie komme ich schon. Ja. Ja, der Flayer ist echt Arschgell. Ich schnitzle mich dort durch die Hore gegen den Ort. Gut, ich spiele nur schwer. Aber trotzdem. Ja, das ist... Aber ich muss sagen, mir passt's. Mäh, oder? Das ist ein Problem. Aber ich muss, also die Spade... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und hier hat euch das Spaß.